Na, Tower 1 Da wird jetzt ein Turm draufklettern Was ist das denn? Münzen nämlich immer mit Münzen bringen Leben Was würde ich brauchen Warum sind da so viele davon? Egal Beschwerden wir uns lieber nicht Sonst kommen wir wieder ganz viele Gegner und Töten ein und Blume Blume, Merkurier Kräuter Yeah, Feuer Ja, huu Jetzt hab ich wieder mal einen komischen Keine Ahnung, was das für Anzug ist Matrosenmäßig, Bäcker Werden noch so weiße Sachen Haben Fleisch ja nicht eigentlich so Okay, vergesst's Ich will nichts weißes tragen Weiß steht mir einfach nicht Oh, zwei mal in demselben Ja Das war gekonnt, das macht mir erst mal nach Das muss man mir erst mal nachmachen Echt Wie ich spiele Das ist unbeschreiblich Da muss man echt gut sein Um so spielen zu können wie ich Jawohl, springe er gleich wieder runter Oh Komm Drei Wie viele Stockwerke gibt's da? Ich will oben rum Ich will definitiv oben rum Oh, jetzt aber schnell durch Schnell durch Oh, Münzen Mensch, was ist das für Die Welt gefällt mir Da gibt's ganz viele Münzen Es gab auch schon mehrere Pilze Ui Was haben wir mal noch ein paar ein? Können wir noch ein paar kriegen So, soll es reichen Ah Kommt es noch? Ah, er kommt, er kommt Lass mich runter Wow Macht jetzt solche Sachen mit mir Jetzt einfach ein Auftrag Auf Yeah Was zu Oh, nee, oder? Ihr spinnt doch Das kann doch nicht euer Ernst sein Oh Oh Ist auch noch Stacheln aufstellen Das wird's langsam unschön Oh Ah, nein Weg Mein Herz Mein Herz Ich geh bei dem Let's Play noch drauf Hab das Gefühl Was steht da? Re Relax Äh, okay Wenn's da steht Stockwerk 6 Hm Was ist das denn jetzt? Ach du Ach du Scheiße Ach ja Hau ab Mist Viecher Klasse Na ja, krieg ich gleich 9 Oh, nee, oder? Doch, doch Kommt noch Kommt noch Ich hab gedacht Er ist jetzt weg Oh, wie viel Stockwerke Hat er in dieser Tour So Alles hoffe ich Stockwerk 7 Die blauen Dinger Oh Ich wünsch dir hier eine Blume Oder irgendwas vergleichbares Gibt's überhaupt noch was anderes? Oh man, sind das viele Wie viel Sinn denn das noch? Kommt noch mehr? Ei, ei, ei Nein Ach 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 Es lief doch so gut So Gut Na ja Also nochmal Na ja Können wir doch ein paar Leben sammeln Null Ja Wo war ich? 7, 8? Irgend so was, ne? Na ja Okay Ich muss auf jeden Fall mit einer Blume da oben ankommen Einfacher gesagt als gemacht Wie, ich kann nicht mehr durch die Durchlaufe, wenn ich Troffen worden bin So, was war da noch? War da nicht der Pilz oder sowas? Ja, da war einer, oder? Ja Oder war da ein Leben? Pilz, yeah Über die springe ich jetzt lieber drüber, sonst sterbe ich gleich wieder Oder werde wieder klein, besser gesagt Ja, was soll's dann auf? Hä? Und Bohnenrankenspringen ist nicht so mein Sinn Oh ja Achso, man muss dazu die Pfeil lassen, die loslassen Jetzt hab ich's kapiert Vielleicht Ich lass euch erstmal vorbeilaufen Haha Pii Schon wieder Leben Die Welt kann ich ganz oft spielen, dass ich ganz viel Leben krieg Ach, ne Achso Wollte nicht mutiger sein, als wir sind Na komm Könnte ruhig, wenn ich schneller laufen Oh, jetzt wünsche ich mir schon, dass die Gegner schneller laufen Bin ich verrückt, oder was? Oh 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 Haha Und da drüber Komm rein da mit dir Ab in die Röhre Oh, das ist dieser Was ist denn das? Sehr geil Schneeball Oh, das ist ja Das ist genauso wie eine Blume Yeah Muss ich halt nicht gleich sterben Daumen die wieder auf Will ich das überhaupt herausfinden? Egal, ich kann Schneebälle werfen und ich hab Was hab ich denn da auch? Soll das eine Bommelmütze sein, oder? Das sieht mir aus wie so ein Deckel oder so Mit einem Griff oder so Was ist das, oder? Deckel mit einem Griff, würde ich jetzt mal sagen Also sieht das für mich aus Und nicht wie ein Hut Äh, Helm Äh Aha Wie Mützen, würde ich sagen Mehr so wie DÄH Wie Deckel Mit Griff Oben dran So zähle ich da schon wieder für Mist Wir hälzen, aber noch einen mit Jawohl Ebene 7 war ich Ha, jetzt eise ich euch alle Eier Die kann man nicht vereisen Schiebung Beschiss Ist doch beschiss Das hält Was ist denn das? Wieso kann ich die nicht permanent vereisen Die anderen kann ich doch auch Ach, das ist gemein Das ist doch beschiss Aber ich kann es dazu bringen Umzudrehen Yeah Aha Ui Klasse So, jetzt muss ich ihn wieder ganz nach vorne laufen lassen Naja Geduld Zu früh Ha Oh, der ist schon vereist Und noch ein Stockwerk Stockwerk 8 Yeah Man, man läuft das heute Was ist da drin? Ist da irgendwas? Nö Sinnlos Yeah 8 8 Ich hab's geschafft Hoffe ich Also es kommt jetzt noch irgend so ein Mega Gegner Der mich dann gleich noch tötet Halt Hier muss ich drücken Und schon wieder so eine sinnlose Röhre Wer bitte hängt Röhren an seine Decke Wer macht sowas? Wer? Welt 2 Das schreit so nach Bosskampf Schauen wir uns das doch mal an Oh 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 Ich komm Welt 2 Eat Omania Ach komm Machen wir die auch noch Ach du What if it's down? You're shooting Givet Hä? Sieg grad aus dem Stein Oder was? Versteh ich das jetzt richtig? Ich kann so gut Englisch Ja Ah Super Den Kaktus Sterbe ich auch Oh Mein Wissen ist auch wirklich Ja Geil Achso Ach da kommt Da kommt Zeug aus dem Stein Oh Darauf weisen sie mich ja sehr Das ist aber die Spinnen doch Oder? Oh Ich dachte das wäre so ein schönes Einfach Was? Hallo? Was ist das jetzt? Muss ich jetzt da nüber? Ich dachte das wäre so schön Es einfach Okay Ja Hier will ich dann für heute erstmal Schluss machen Denn dieses Level mag mir nicht gefallen Und ich hoffe mal Die anderen sind nicht noch schlimmer Aber egal Danke fürs Zuschauen Wenn jemand zuschaut Und Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Sonst Bis zum nächsten Mal So Bis zum nächsten Mal.